Yo Leute, ich bin's wieder Markus von AppMGV und wir sind hier wieder in Minecraft TechItLight. Jetzt haben wir jetzt Sven und Futur. Grüß, Minecraft Lite. Bist auch Minecraft Lite. Und der Futur hat wohl was TechItLight. Minecraft Lite hast du gesagt, nicht? Ich hab TechItLight gesagt. Aber okay. Egal, jetzt Futur ist irgendwo in der Wüste. Ich hab keine Ahnung wo der ist, aber der hat irgendwas gefunden. Ja, ich weiß nicht was das ist. Das ist komisch. Sehst du mich überhaupt? Nein. Koordinaten minus 1380 plus 728. Also 1080, was? 1080? Minus 1380 und 700 plus 729. Bis in der Wüste, ne? Ja. Ja. Wenn du den Weg laufen würdest, wo ich gemacht habe, ähm, direkt neben dem, wo es zum Atomkraftwerk geht. 1080. 1380. 1380. Plus was? Plus 715, äh, 18. Unten findest du zwar viel Scheißdreck, aber ich weiß nicht was das ist. Was ist das? Moran. Das. Diamant, nicht Diamant. 1.800. Du bist ein Loch untergegraben, oder? Nein, ich bin durch den Hauptminenschacht, habe mich da durchgegraben. Den Hauptminenschacht. Und? Ach du Scheiße, hier ist alles voll. Was? Wir haben einen Schacht von selber? Ja, da hab ich dann runter, da hab ich Strip, aus der untersten Ebene hab ich dann Strip-Mining angefangen. Ich weiß jetzt selber nicht mal, wo ich bin. Ich weiß nur, hier gibt's keine Diamanten. Nur jeder mit dem Monster. Und was plus was? 728. Okay, ich bin gut auf dem Weg. Ich geh hier runter. Ist hier viel Marble? Nein. Nicht? Ich spiel's nicht aus dem Marble. Ich hab jede Menge Kupfer. Was für'n Blocks. Was ist das? Oh, ich finde die Wied. Ja, geil. Kann der Mann sein. Lappen. Lalalalappen. Was ist das für'n Stein? Pflasterstein. Pflasterstein. Pflaster, 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 Pflaster. Lied Ohr. Ist das weg? Es ist weg. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Pflasterstein brauchen wir nicht. Pflasterstein brauchen wir nicht. Das Feuerstein. Das kann man brauchen. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Knochen brauchen wir auch nicht. Teile brauchen wir nicht. Aposlazuli brauchen wir nicht. Geil. Jetzt hab ich den aus. Finde ich gut. Was? Hä? Ausgang zugemacht worden oder was? Uranium Ohr. Okay. Oh, hier sind viele. Finkler. Von allem. Alter. Wasser, Kohle. So, jetzt ist die Frage wo bist du? Ja, das ist eine gute Frage. Sven, helf mir mal bitte. Dein Deathpoint nicht, das ist das Problem. Nee, ich aber. Und das werden auch. Nee, deine auch nicht. Wo ist denn das werden jetzt? Keine Ahnung. Ruhig. Irgendwer hat er sich muted. Oh, hier Brot gefunden. Ja, vielleicht bitte helfen wir mal. Ja, wenn du mir sagen könntest wo du warst, kann ich dir gerne helfen. Ja, ich war beim Atomkraftwerk in so einer, bei der Treppe was du gebaut hast. Oben oder unten? Unten. Goldene Schwerte, Alter. Bin ich ja auch unten drunter. Bei welcher Höhe? Weiß ich nicht. Bin mir auch grad momentan nicht raus. So weiß ich nicht helfen, wenn du das hier. Ja, wenn er grad AFK ist, kann er dir nicht helfen. Ja, ist er. Trotzdem. So, ich... No. Ich klapp dir auch noch. Nein! Fäbster abgeschmiert. Warum ist Fäbster abgeschmiert? Das weiß ich auch nicht. Geil. Guck gehen, was los ist. Aber ich muss jetzt mal eine Sache holen. Ja, ich komm. Ja, bitte. Ich bin da... Ich hab ganz viel Marble. Ah, ich seh deinen Namen. Du bist... Ja! Du musst nach, äh... Keine Ahnung. Ja, geh nach hoch. Ganz hoch. So weiß ich's geht. Genau, ich seh deinen Namen, Alter. Das sind zwei Ländermänner. Super. Das ist mir wurscht. Ich glaub ich hab's angeguckt. Pamela. Ja, dann renn weg. Alter, ist ein riesen... Tötet sie. Ja, töte sie halt. Oh, meine Sachen sind auch gut. Wo bist du? Ich hab meine Sachen wieder. Fahr einfach ganz nach oben, wie es geht. Und dann treffen wir uns und dann... Zeigst du mir, was du gefunden hast. Oh, oh, oh. Goldschwert vor der Wind. Scheiße. Ich bin tot. Ich bin echt tot. Was ist jetzt echt dich gegen Endermans angeregt? Weil? Geil. Wann bist du du? Und noch Zombie-Armee dazu und noch eine Spin-Armee und und und. Ich seh deinen Namen nicht mal. Weil ich jetzt unter der Erde bin und dunkel ist. Was? Ja, da vorne da kommt was. Lulu. Hinter dir bin ich. Jololöhm. Gerade hier hat Phipps abgeschmiert und Minecraft zusammen. Nicht gut, nicht. Also geht's jetzt wieder oder geht's nicht? Es geht wieder. Irgendwas ist gerade explodiert. Ja, Creeper. Äh, wo bist du jetzt hingerannt? Ich bin in der Mine. Das ist echt eine große Hilfe. In der Schlucht. Ja. In der großen Schlucht bin ich jetzt. In welcher Schlucht, Alter? Komm wieder zurück. Die, wo da in der Nähe wo du gerade eben warst. Ich hab deinen Creeper, hab ich gehört. Hier explodiert das. Mein Name nicht. Denkst du, ich seh deinen Namen? Weil ich muss jetzt erstmal raus. Mein ganzes Invental ist voll mit Bullshit. Bin in der Schlucht von uns Ding. Eher Schlucht? Von unserer Höhle? Ja. Wie bist denn da jetzt? Komm, Alter. Du hast nur aufgemacht. Au. Au. Du hast ne Mine. Das ist die Kürze unserer Mine hinzu. Nein. Doch. Nein, Alter. Die Mine, die andere Mine läuft in eine andere Richtung rein. Ich guck mal, dass ich irgendwie hier rauskomme. Ich auch. Ich bin den normalen Weg ja nicht. Das ist das Problem. Ich bin jetzt in unserer Hauptmine. So, und da ist ein Weg. Aber der... Musst du die schwimmende Ding finden. Musst du finden? Ne, fliegende. Ja, die finde ich ja nicht. Ich hab mir ja ein eigener Weg hochgebaut, dann irgendwann mal. Na gut. Dann wirst du sie auf jeden Fall nicht finden. Ah, ich seh deinen Namen. Wo? Da, bist du. Ja, ich seh dich. Komm mal. Ja. Wo bist du? In der Wand da. Ja. Bau die Wand ab. Ja, bis jetzt hinter mir. Da sind wir aber verkehrt. Wir sind direkt unterm Haus. Aber hier sind wir falsch. Weiß nicht. Aber doch, wir sind immer unterm Haus. Schass mal hier. Hier ist immer... Geh doch nicht weg, ey. Hier musst du irgendwann ausgegeben durch deine Wand. Ja, hier. Ich hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Na ja, wo bist du, Alter? Ich hör dich abbauen. Ja, ich schick dich. Ja, komm hier, hierher, komm. Genau. Ah, jetzt halt leer. Und der Weg führt nach oben. Der Weg, alter. Das ist schon scheiß Weg. Jetzt hab ich gebaut. Ja, dann ist er scheiße. Ich blick den Weg nicht, Gott. Es ist dunkel. Kann ich nicht mehr ausleuchten oder so? Nein. Ist ja unnötig sowas. Kann ich nicht mehr ausleuchten oder so lang laufen. Ist ja egal, ja. So, was hast du jetzt gefunden? Mehr. Nix. Du hast doch irgendeinen Tempel gefunden vorhin. Nein, das war nix. Das war... Das ist... Jetzt komm mehr. Wo ist es? Nein, das ist nur... Das ist bei dem Texture Pack, das... Alter, du kannst nichts einlagern in das System, weil es dauernd abspackt. Aber es macht das. Ich muss erst mal das Zeug einlagern. Oh Gott, aber... Golde Schwert, du warst eine gute Hilfe. Das war echt... Es hat irgendwie drei Gegner gekillt. Ohne das wär ich... Du hast n Golde Schwert gebaut? Nein, das war noch... Alles was muss... Ding ist es von den Zombie Pigments. Äh... Spine Pigments. Hast du bis jetzt alles oder nur den Turm da? Ja, nur den Turm da. Es hat schon mal... Ich hab das grad eben fast gebrochen, um ihn abzubauen. Soll ich dir helfen? Ich dachte, du kannst die Steine nicht bauen. Bauen schon, aber es ist... Dauert länger, alles. Genauso schnell zu bauen wie die anderen Blocke. Haben wir keine Zeug. Ich hüpfe doch auch nur nach oben. Aber jetzt, glaub ich, den Sprung überlebe ich nicht. Hast du ein Jetpack? Äh, Jetpack? Ja, hab ich... Achso. Dabei. Nimmst du da nicht? Aber ich hab's nicht auf, weil ich dann nicht so hoch hüpfen kann, weißt du? Achso. Sondern ich hüpfe jetzt die ganze Zeit hier über die Mauer runter, dann überlebe ich's nämlich. Vielleicht ist hier noch irgendwie so'n Tempel... ...versteckt. Oh. Ich warte nur drauf, bis ich jetzt dann irgendwann am Fallschaden herreg. Insofern. Oh. BASG. GISTEN Bin schon runter auf drei Herzen. Nicht mehr bohren, das wäre schlecht. Er hat auch bo divisert. Das ist aber n' Creeper. Warum?! Shut up. Du kannst ja die anderen Türme schon mal abbauen und nur den Grundriss unten stehen lassen. Ich bin da dabei. Ja. Und du bist nicht gestorben. Ich kann auch nicht sterben. Ich bin die ganze Zeit schon runter. Aber jetzt habe ich eine schönere Taktik gefunden. Oh. Halt. Oh, falsch. Nein, ich habe einen Fehler gebaut. Ach es? Oh. Jungs, was wollte er denn? Was denn? Nicht ihr, die zwei Skelette, wo sie unten im Loch gestanden sind, nicht rausgekommen sind. Sie wollten sterben. Ich habe mich lieb drum gebittet. Wollen wir eigentlich mal in das End? Ja. Warum nicht? Hiermit ist es geschenkt, Nano, Saber, Jetpack und Lasergun. Also auf geht's, Jungs. Ein bisschen assi dann. Ich glaube, es sind schon 50 Minuten. Oh, das sind endlich mal welche. Ich denke jetzt mal, dass wir 50 Minuten sind. Jawohl, zwei da am Runden. Ja, ich denke auch. Jo. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Wieder. Tschö. 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 Tschö.